hey leute ich bin gerade ein bisschen auf Twitch live mit TheForest schaut gerne rein wenn ihr Bock habt bis dann eben auch auf Instagram postet dass ich live bin dann können wir auch schon starten hier hin und dann switchen wir die Bildschirme ich finde das so geil dass ich jetzt den Knopper mit dem man die Bildschirme switchen kann Einzuspieler weiterspielen genau das hatten wir gestern Abend im Test Stream schon angefangen jetzt können wir weitermachen ich nochmal am besten hier den Stream da auf dann sehe ich auch wie es am Ende bei euch ankommt okay irgendwie kommt gar nichts an laut meiner Anzeige war doch jetzt das war ja so typisch immer wenn ich irgendwas machen will hängt sich hier alles auf Läufts denn da auf ja es lädt halt noch das ist oder kurz für sich laufen ne schön warten ich höre ein feuer aber jetzt müssen alle Bildschirmen leckt gerade wie sau ne leckt gar nicht ich kann einfach dem Bildschirmen das Bild nicht bewegen mal kurz wo sieht man nochmal wie voll ach da der Controller ist noch voll genug passt ja hier ist mein Feuerchen und da ist die Hütte die ich bauen will also geben wir mal Bäume fällen ne das ist der falsche Knopf ich will am besten gleich ein paar mehr haben wir jetzt ah hier ist der Stocker ich könnte mir ein Stocklager einrichten so einfach mal umhauen hier alles klar die Seite von Twitch mal neu da scheint irgendwas nicht zu stimmen ein Baum nach dem anderen Feld hier da hab ich mir eine Nachricht bekommen ich hab keine Nachricht bekommen ok komisch Fleisch ich will einen guten Fleischvorrat haben also Treffer nein kein Treffer aber Treffer gut so bekommen wir guten Fleischvorrat hin und Tag Servus ich muss mir angewöhung auf den Bildschirm zu gucken weil zwei Bildschirme das ist immer noch zu viel für mich gefühlt jetzt soll ich mal das Fleisch aufhängen Leute die Playstation richtig aber ich hatte gehofft dass wenn ich diese Eimer da hinten drauf stelle dass die Playstation weniger krach macht weil ich dachte Kühlzwecke und so aber das scheint nicht zu funktionieren dann räume ich dann später weg den Müll so eben das Fleisch aufhängen wie geht's denn heute so so das ist alles schon gut trocken wie es aussieht Feuerbrand auch ewig irgendwie so bauen wir uns unsere kleine erste Hütte hinten ne oh ne schon wieder so ein Bambi Vieh ich kann einfach nicht widerstehen wenn ich die sehe das ist ne Sucht wo wenn ich hier verfehle fliegt der Speer runter so besser nicht verfehlen ne ha geht doch ich hab's drauf wo ist mein Speer da Musiklöch ups fast ein Fallrand das klang nicht so gesund wo kam das weiß es nicht die ganzen Feder hier mitnehmen ich hab' gar keine erwischt gefühlt da ist Fleisch da ist noch ne Feder ich kann kein kleines Fleisch mehr tragen ok so beschäftige ich mich lieber weiter mit den Baumstäben oh hier ist auch immer eine Nachricht ok ist nur Twitter da fällt mir grad ein kann ich eigentlich aus dem hier was kann man hier aus nochmal machen hier aus kann man machen Wasser oh ich mach mir auf jeden Fall einen Wasserschlauch äh äh alles entfernen ok aber ich will Sperrtasche Nachricht da ich hab' ich mir eine Nachricht erhalten läuft ja super ähm was ich eigentlich will ist aber keine Sperrtasche sondern äh so ne Stocktasche aber was braucht man nochmal für so ne Stocktasche ich weiß es nicht mehr Seil doch bestimmt bestimmt doch ein Seil ne äh Steinbeutel Stockbeutel dafür brauche ich Hasenfell ich hab' ich ein Hasenfell ich glaub' ja ja zusammen was kommt denn da jetzt raus Moment was kommt raus wenn man Hasenfell mit Seil macht Köcher ne ein Hasenfell mit einem Seil ah da kleiner Steinbeutel den brauche ich nicht ok was fehlt da jetzt für den Stockbeutel noch ein Tuch ach zwei Seile na gut was man nicht alles macht für den Fortschritt das hat mir auch irgendwie Nachrichten zu schicken sonst mach ich das aus ähm so ich kann meine Bäume fälligen ok jetzt reichts ah das nervt mich nicht wo ich meinetwegen hier und Sachen umstellen genau schon mal 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 kind flag Nee, komme ich nicht. So. Vielen Dank. 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 Sollen wir hierhin weiterspielen. Wo ist jetzt mein... Ich bin halt süchtig, dann mal vorrät zu horten, was soll ich noch sagen? Und für die Felle allein lohnt es sich ja schon. Ich habe hierhin ein paar Pfeil rein snacken, wenn die hier schon wachsen. äh ne ich will mir erst noch einen holen aber erst wenn ich mir wirklich leisten kann wisst ihr ich habe immer die regel ich muss doppelt so viel geld haben wie ich ausgebe ja und da ich im pc haben will der über 1000 euro kostet dauert das ein bisschen also nicht ewig aber aber vor allem will ich jetzt auch erstmal eine zeit lang mehr auf playstation von der playstation stream so wie jetzt gerade und dafür brauche ich keinen besseren pc den brauche ich erst wenn andere projekte anstehen und projekte sind das erfahrt ihr dann schon noch ich wechsle die ganze zeit die knöpfe ne wo ist es da ist es so und noch ein futter futtertrockner da kommt ein bisschen abstand zum ersten aber hey willkommen erstmal schön dass du da bist ich dass ich die fehler nie erwische das regt immer so auf dass die playstation so krach macht da würde ich aber echt dem was gegen tun hört man das eigentlich im stream so sehr dieses ja sehr nervige geräusch werntest du da ist es in anderen So, ich möchte das Ding. Schnaumhahn sammeln noch. Ich würde ungern die Bären aus Versehen mit weghauen. Naja, egal. Passiert ist passiert. Aber ich hoffe, die rollen mir jetzt nicht die Klippe unter die Baumstämme. Das wäre echt traurig. Werden füßen. Rein da. Und. Wo ist die Wurkarte, die du bestellen wolltest? Ja, die wollte ich mir ja erst zum nächsten Drunkstream bestellen. Und der ist ja noch nicht. Der ist noch nicht mal ansatzweise. Deswegen lohnt das noch nicht. Und ich hatte mich auch noch nicht entschieden, welchen. Ich nehme jetzt schon wieder zwei zur Auswahl. Ne. Mal wieder, wir werden schon hier mit den Bären sich auch fit halten. Da muss ich mir kein Fleisch nehmen. Ich kann meine Fleischvorräte ganz behalten. So, komm schon. Scheiß Baum. Und drück zum nächsten weiter, während der noch fällt. Oh, haben wir gerade ein Leck oder liegt das an mir? Ne, hier scheint alles flüssig zu laufen. Aber bei Chrome lädt bei mir das gerade irgendwie nicht. Oh, Leute, es ist alles flüssig. Ja, die Seite hat sich auch gehangen. Freitem Neuladen eben. Ja. Das letzte Mal war ja auch kein richtiger Drunkstream. Das war nur eher spontan. Drunkstream ist ja hier, wo ich am Ende von der Wand laufe. Daran erkennt man die. Und das hat noch Zeit. Oder die, wo ich aus Versehen irgendein Insekt mit runter spüle. Also man kann sich theoretisch in 40 Minuten besaufen. Das ist nicht das Ding. Das geht sogar echt gut. Musst du nur dich ordentlich ranhalten. Ich will ja das falsche Fenster offen. Ich vergiss das immer. Was ich das eigentlich offen haben wollte. So, das geht jetzt auch wieder. Damit ich mal sehe, ob es auch am Stream flüssig läuft. Dann habe ich lieber das Twitchfenster an sich offen. Hier habe ich schon ein Großteil der Bäume gefüllt. Dann komme ich noch ein paar stehen für den schönen Anblick. Ah, Bären. Und noch ein paar Samen bekommen. Bin ich direkt ein bisschen fröhlicher. Kurz schwimmen gehen. Wird schon wieder dunkel. Meine Güte. Wieso ist der hier jetzt so weit in die Richtung gefallen? Manometer. So. Und noch ein Baum. Liegt mir den Boden um ansteigen. Falscher. Richtig. Richtiger. Mal ein Speer. Mein Rehjunges. Mein Fleisch. Okay, jetzt mal ganz ehrlich. Warum hält der Stream bei mir in OBS? In OBS läuft gut. Sondern zwischendurch an auf der Twitch-Seite. Können wir das mal jemand erklären? Was Chrome sich aufhängt. Ich liebe dieses Programm. Naja. So, wir können kurz ein Nickerchen machen. Kann ich schon pennen. Gleich. Gut, dann hat sich die Zeit mir hier nochmal ein bisschen Fleisch aufzuhängen. So, jetzt hat sich bei mir alles aufgehangen. Falls ihr mich noch seht. Ich sehe euch nicht mehr. Ja. Sorry. Die da später drauf ein, wenn ihr irgendwas geschrieben habt. Okay, jetzt fühle ich was auf meinem Bildschirm. Es geht ganz viele Fenster auf und zu. Da habe ich wohl gerade zu viel rumgeklickt. War hier nicht gerade so ein laufendes Fleischpaket. Egal. Ich glaube, es kann auch wieder aus. Okay, jetzt fühle ich die ganzen Befehle aus, wo ich gerade im Bildschirm umgeklickt habe. Jetzt geht die ganze Zeit alles auf und zu. Ich glaube, es kann dauern. Okay. Okay, jetzt hat er einfach mal das Twitch-Fenster geschlossen. Ist ja auch toll. Äh, geschlossenen Tab wieder öffnen. Nö, macht er nicht. Da öffnet er irgendeinen Tab. So, es ist voll schön. Fenster so. Jetzt. Wieso ist hier alles so kaputt? Was ist denn da los? Ich würde den PC einfach mal neu starten, aber... Ja, ich bin gerade live. Und der Stream scheint noch zu laufen, zumindest laut OBS. Das ist dann ja wenigstens schon mal was. Ich lasse mal, OBS-Fenster offen. Das scheint gerade zu funktionieren. Bei einem anderen weiß ich nicht. Selbst der Taskmanager ist gerade irgendwie am rumspinnen. Mach ich den mal aus. Ich liebe den Taskmanager hier. Zumindest. So. Wie ich mir schon sagte, hier oben sind nicht so viele Ureinwohner und Menschenfresser immer. Deswegen ist es hier sehr angenehm. Hallo, Feier! M-R-E. Fia M-M-E 33. Ich weiß nicht, wie ich mir das ausspricht. Sorry. Freunde, es ist eine Frage erhalten. Leute, was ist euer Problem? Muss ich jetzt wirklich alle Benachrichtigungen ausschalten? Und alle anfragen Sachen. So, wir haben Zeit, was zu essen und zu trinken. Da ist Trinkwasserstelle. Ich will gerne trinken. Mit dem Wasser, so wie ich nichts trinken kann. Oh Gott. Ah, da war gar was. So. Bisschen Ekelwasser, aber gut. Ja, da gab es kurz Schaden für. Kann ich eigentlich den auch mit der Axt erlegen, den Fisch? Ja. So, dann berate ich mir jetzt noch schnell den Fisch. Dafür sollte die Zeit noch reichen. Bevor ich verhunger. Schön. Aber ich habe auch noch kleines Fleisch. Das trink ich auch noch mit drauf. Das verrottet sonst nur in meiner Tasche. Trink doch, ob ich auch den wirklich auch auffüllen. So, funktioniert Chrom jetzt wieder normal. Es scheint so. Okay, jetzt versuche ich die Seite neu zu laden. In der Hoffnung, dass es nicht abstürzt wieder. Ah, essen. Oh, das bringt überraschend viel. Das kleine Fleisch. Egal. Gleich die Verschwendung, aber was soll's. Die Vögel fühlen sich ja sichtlich wohl. Hab ich den Baum hier vorhin stehen lassen, oder wachsen die ernsthaft so schnell nach? So wäre es ja schneller als die Bären. Ach, komm schon, Leute. Toll, jetzt muss die Maus bei mir nicht. Also irgendeinem Strom nicht. Muss ich hier rumdrücken. Okay. Soll ich das auch geklärt haben. Soll ich das auch geklärt haben. Dürft noch einer liegen? Ich filme nur noch 34. So. Langsam nimmt das Haus Gestalt an. Hier liegen sogar noch Stimme, die euch wohl übersehen. Wo das war nacht geworden, man weiß es nicht. Cool, die Energie aufladen wieder. Warte mal, hier steht bei, äh, Dings, dass ich mit 720p-Streep, man steht hier bei, äh, Twitch. Das tue ich aber eigentlich gar nicht. Eigentlich habe ich viel weniger, muss ich mal kurz in OBS gleich reingucken. Was da los ist. Manchmal nimmt es mir eigentlich viel weniger, als dass die Zuschauer angenehmer ist, die nicht so ein gutes Internet haben. Das läuft bei mir aber sowieso flüssig, aber trotzdem. Ich habe mir schon mal echt viele Bäume gefüllt und die Baumstimmung gar nicht mitgenommen. Einfach nur belastend. Ich lasse ich mal stehen. Ich nehme weiter welche von hier. Okay, das, das, das Twitch bei mir heute noch mal funktioniert, glaube ich nicht dran. Da ist echt irgendwas mega am Rumspacken. Dann lasse ich, dann sehe ich den Shit jetzt nur über OBS, Leute. Wenn es irgendwelche Probleme gibt mit Ton oder so, schreibt es mir rein. Ich habe mich schon nicht nur ganz in den PC-Problemen zu geben. Ernst, so schlimme Probleme hatte ich noch nie mit dem. Wofür mein Thema war, einen neuen PC kaufen, lohnt nicht. Dazu sollte ich mir den Effekt nochmal überlegen, ob ich mir vielleicht doch lieber schneller zulege. Ich sage mal, das haut jetzt im Peter-Meister-Stream aus, erstmal. Weil, ja, scheint ja irgendwie ein Problem zu geben, ob ich jetzt hier neu starten und so. Oh, guck mal, was da los ist. Manometer. Oh, da ist die Energie aller. Und weiter. Okay, jetzt noch drei Bäume, dann haben wir es. Ausgleichsgegeben, dann vier Stämme. Gucken wir mal kurz. Ah, ein Snack. So. Oh. 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 Oh, richtig gleich. Oh nein, dann schnapp ich mal die ganzen Bombenstirne. Oh nein, dann schnapp ich mal die Bombenstirne. Und nur noch sechs Stück, dann ist dieses Haus auch fertig. Das hat jetzt schon mal über eine halbe Stunde gedauert. Naja, gut, da gab es auch technische Probleme, um die ich mich kümmern musste, also da war es vermutlich weniger Zeit. Schön auch noch Regen, das heißt, mein Stück Krötenpanzer wird voll. Das ist was Gutes. Da habe ich nämlich sauberes Wasser. Früher hat es fast nie geregnet und ich deswegen immer Durst hatte in dem Spiel. Jetzt ist mir immer zu viel Regen. Also, ja, jetzt passt er mir gut, aber letztens war es einfach nur nervig, weil das Wetter halt immer scheiße war. So, Haus ist fertig. Ich möchte jetzt kommen noch eine Benachrichtigung rein. Danke fürs Folgen, Benjamin Ender. Da war jetzt aber ein Schrei recht nah bei mir. Oh man, die Stufe hier ist nicht perfekt gerade. So, hier fehlt ein Schloss. Ne. Hat das nicht mal ein Schloss gehabt? Egal. Speichern wir mal hier. Ne, tatsächlich war ich nicht allein, aber ich mache jetzt gleich auch aus, weil ich gerade extreme Probleme mit meinem Computer habe. Und der hier die ganze Zeit am Abspacken ist. Deswegen mache ich den Computer gleich einmal aus. Und den Stream dann auch. Ich wollte nur eben das Haus noch fertig bauen, bevor ich ausmache. Ein anderes Mal vielleicht. Also, auf dem, in der Welt jetzt hier nicht, in anderer Welt vielleicht mal gucken. So. Aber hier beende ich den Stream tatsächlich auch. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Vielleicht ist man das heute Abend nochmal, wenn ich weiß, warum mein PC jetzt am Abspacken ist. Weil so schlimm wie jetzt gerade war das tatsächlich noch nie. Ja. Viel Spaß.